Moin Leute, willkommen zu Tag 37. Heute möchte ich mich mal um die Fluxboxen kümmern. Ich habe graue Farbe besorgt und dann will ich mal schauen, ob ich die gepinselt bekomme und dass es auch noch einigermaßen aussieht. Schwierig wird es natürlich, weil ich diese Platten hier nicht abkleben möchte, weil das sonst sich wieder ablöst, die Farbe, versuche ich das mal so zu pinseln, ohne dass ich das groß abklebe. Die dicken Schrauben mache ich dann raus vorher. Ja, gucken wir mal im Zeitraffhandli, wie es aussieht. Zuerst abgeklebt und dann versucht mit einem Spachtel als Abdeckhilfe die Kanten zu malen. Das ging aber nicht sehr gut. Daher habe ich die Ränder mit einem schmalen Pinsel gemacht und dann mit einem breiten hinterher. Die anderen Boxen habe ich nur noch mit einem breiten Pinsel gemalt. Das ging dann am besten. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.